Was ich sehr interessant finde, weil ich gucke mich hier so um, keine einzige Maske, oder? Keine einzige Maske. Euch ist einfach scheißegal, oder? Ist einfach Suizidabend heute, oder? Wir gucken es uns mal an. Ich finde das cool, dass sich das mal so ein bisschen lockert alles, weil ich hatte vor zwei Wochen einen Auftritt in Baden-Baden. Durchschnittsalter von Baden-Baden ist 749. Und da war der komplette Raum voll mit Masken. Ohne Scheiß. Also die Zuschauer waren angezogen wie so ein SWAT-Team, weißt du? Die wirklich mit so Seilen von der Decke kamen, weil die wollten sich gar nichts einfangen. Die hatten gar keinen Bock. Da waren die Regeln, ja? Gestern in Düsseldorf waren alle hässlich. Also ich verstehe diese Regeln nicht. Ganz komisch. Für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin der Moderator, ich sage die fantastischen Comedians an. Mein Name ist Maxi Gstettenbauer. Das ist ein bisschen ein komischer Name, weil das hört sich so an, als wäre das SCH am Anfang, so Gstettenbauer. Aber da ist tatsächlich ein G. Interessiert euch anscheinend nicht. Okay, gut. Hier ist das Ding. Weil, ist so ein bayerischer Name, deswegen sagt man so GST, Gstettenbauer. So als ob man nie... Ich merke schon, das interessiert euch nur nicht. Es interessiert uns nicht, wie Ausländer ihren Namen betonen. Ja, weil bei Hotel-Check-Ins ist das halt für mich mega anstrengend, immer den Namen zu erklären. Weil wenn ich irgendwie da bin, beim Check-In, und ich sage so, guten Tag, mein Name ist Maxi Gstettenbauer und ich gucke in diese hilflosen Augen von dem Personal so, Herzlich willkommen, Herr Bauer. Und ich sehe dann, wie derjenige mit seinen Fingern zum Karteikasten rübergeht und schon beim Buchstaben SCH ist und ich schon so, ah nee, das wird heute gar nichts mehr. Und dann sage ich, nee, mein Name ist Gstettenbauer. Da ist ein G vorne dran. Und wisst ihr, was dieser Typ zu mir sagt? Sicher? Haha, ich kann mich nicht mehr halten. Falls ihr noch mehr Videos braucht, bei denen ihr euch anfassen könnt, wir haben hier noch eine Auswahl, abonniert den Kanal und bitte auf die Glocke drücken. Diese scheiß Hosentasche, die ich nicht treffe. Verdammt, drin lassen, ihr Schweine. sowie Also, die Tarnin sowie richtig wie wenn , wie das wie eu Vielen Dank.